Was geht ab, meine Freunde? Herzlich Willkommen! Es geht weiter! Happy Wheels! Ihr habt es euch wirklich so lange wieder gewünscht und deswegen machen wir weiter. Es gibt sicherlich auch die ein oder anderen neuen Loser-Level, aber wir haben so lange nicht mehr gespielt. Lass uns doch erst mal schauen, was gerade so hip ist. Wir gehen mal Rating und diesen Monat. Es ist schon wieder sehr lange her, dass wir das letzte Mal Happy Wheels ausgepackt haben. Was gibt es jetzt Neues? Kannst du den Patienten ins Krankenhaus bringen? Das K-Wenn, oder? Mit Opa Jeffrey? So hört sich das gar nicht an. Töti! Auch falsch. Okay, starten wir erst mal. Jawohl, ab geht's! Weg hier! Wir müssen ihn ganz schnell ins Krankenhaus bringen! Weg mit euch! Ich glaube, wir haben unseren Patienten verloren. Ja komm, das müssen wir schon schaffen. Nein! Bleibt drin! Ja, so ist gut! Ja, noch geht's ihm gut da hinten. Heute ist so ein schöner Tag. Na 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 na. Heute ist so ein schöner Tag. Glaubt mir, bald wird's ihm besser gehen da hinten. Wir müssen nur ganz, ganz schnell ins Krankenhaus fahren. Einmal die Wände hier. Nein! Nein! Ich muss ihn wiederholen! Nein! Ich muss ihn wiederholen! Rein hier! Wir schieben ihn jetzt einfach ins Krankenhaus! Los! Das muss doch so funktionieren! Noch einmal! Noch einmal! Und... Gefällt ihr euch? Ja, hauen wir mal an, ne? Haben wir hier irgendwas verpasst? Kommen wir auch zu Level 2? Ist das so possibro? Ich glaube, wir haben gewonnen. Loser Spikes! Das zweite von Joe ist da! Na na na... Oh, oh! Okay, das ist auf jeden Fall schon interessanter. Da muss man eine bestimmte Technik hier drauf haben. Deko! Du nervst mal wieder hier nur. Merkst du, ne? Oh! Ahem! Ah! Ahem! Okay, alles super. Alles so prima! Die Technik hat nicht ganz so gut funktioniert. Nächster Try. Ja! Uh! Kommen wir noch durch? Ja! Opa Klaus, verzähl dich hier, du Lappen! Konnten wir sehr schön als Rampe nehmen. So, Level 2. Einfach, aber... Ein bisschen schwerer. Schauen wir mal. Was? Ja! Und jetzt hier ein bisschen langsamer fahren. Ich glaube, das war schon. Ja. Langsam. Oh, das war knapp! Und jetzt? Dass man auch nichts sieht! Ich bitte nicht! Ja, der, ich muss... Ich muss es so machen. So? No! Oh! Ja, haben wir! Noch hier durch, oder? Oh, nur noch hier durch! Komm, komm, komm! Was für eine schwere Geburt! Aber ich danke meiner Mama und meiner Oma! Lusor Mabosa Win! Mein Name falsch geschrieben! Danke dir dafür! Ist mein erster Map, bewerte sie bitte! Grüß mich bitte im Video! Du bist gegrüßt, lol Lusor, der nicht meinen Namen kennt! Und wir starten die Map mit Opa Klaus, würde ich sagen, oder? Oh, Opa Klaus ist immer super schnell, das gefällt mir hier! Es gibt... Oh, okay, ich glaube, wir haben den falschen Charakter! Ja, wir müssen den Kollegen nehmen! Go, Losor! Go, Losor! Ganz ehrlich, was ist denn eigentlich hier in diesem Löchlein drin? Wollen wir mal kurz Deko vorschicken? Deko! Guck mal, was da ist! Deko! Und? Gut zu wissen, da ist nichts! Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte! Also hier irgendwie rüberspringen, kann das sein? So! Genau ins Loch rein! So gerade nicht! Haben wir! Und jetzt schnell hoch! Super Deko, dass du deine Arme verloren hast, aber mir geht's gut! Full Speed, wirklich? Oh, soll ich ihm glauben? Ich glaube ihm nicht! Ne, das ist eine Träume-Map! Und wieder zurück! Ganz, ganz langsam! Ja, so nicht, mein Lieber! Oh! Ich möchte gerne da oben drauf! Ja, 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 ja! Haben wir! Oho! Oho, meine Freunde, wir sind wieder Pro-Version unterwegs hier! Ich bin wieder Spaghetti-Monster! Oh! Bottle Run! Hinbekommen! Und jetzt? Oho! Was geht hier ab, Mann? Wie viel Glück ich hatte! Nein! Nein! Close enough! Ganz ehrlich! Close enough! Wie böse war das bitte? Loser-Small-Level, die Loser-Biene! Ja, die hat man nach hinten fahren, ne? Vielleicht ist das der Geheimweg! Der Secret-Weg! Oh, Gott! Fast! Oh! Oh mein Gott, das wird ja richtig böse! Warte mal, kann ich da erstmal unten reinfahren? So, als, schutzmäßig? Fast! Ah, und ich frage mich immer, warum Happy Wheels nicht werbefreundlich ist! Oh, happy day! Win! Jesus, what? Oh, schutz! Oh! War das close! Okay! Dekos, tut mir leid, aber da muss ich jetzt durch! Oh! Nicht in den Speed rein! Jetzt kommen die Harpoon! Harpoon! Die haben's fast geschafft! Oh! Die Maps sind aber auch haarig! Loser-Spike-Fall! Ich liebe Spike-Fall! Sehr schwerer Spike-Fall! Okay! First-Try-Boy! Okay! Aber jetzt, Baby! Oh, happy! Oh mein Gott, da braucht man einen richtig kranken Winkel! Oh! Oh! Was war das? Der dritte oder vierte Try? Sehr, sehr schwer! Oh! Was gibt es denn so auf den Happy Wheels-Markt, wenn ich dann auch nach den neuesten This Week suche? Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir WWE Mega-Fall-Contest! Okay! Qua! Move! Bitch! Boah! Boah! Ja! Ja! Direkt am Hals! Choke-Slam! 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 Tante Bär da! Jetzt habe ich auch ein Schwert! Bam! Ohohoho! Ich muss irgendwie meinen Hintern-Schwert verlieren! Es tut mir leid! Ich will es doch nicht! Ich will es doch nicht! Ich will jetzt nicht aus wie ein Pferd! Wie sieht das denn aus? Neueste Verkleidung! Ich kann damit doch nichts anfangen! Oh! Sieht auch zu geil aus! Oh mein Gott! Es wird immer mehr! Also das gehört jetzt nicht mehr zum Fetisch! Wisst ihr, worauf ich Bock habe? Ball Throw! Lieb ich! Wir machen das hier First Strike-Kanal, was ich machen muss! Oh! Nichts! Äh! Zwei Bälle! Oh! Was muss ich denn eigentlich machen? Unwin? Unwin! Unwin will ich! Oh! Ach, Unlockwin ist das! Okay! Oh oh! 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 Boom! Boah! Ganz ehrlich, das war ein klasse Ende, muss ich sagen! Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben! Wenn ihr mir noch die ein oder anderen Loser-Maps basteln wollt, dann wäre ich euch natürlich auch sehr dankbar! Wenn nicht, machen wir auf jeden Fall mit denen weiter, die wir jetzt auch gerade gespielt haben! Daumen nach oben! Würde mich freuen! Bis dann! Reingehauen! Wuff, meine Freunde! Seid herzlich willkommen heute wieder zu einer richtig beschissenen Folge GTA! Ah! 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 Ah!